Der Wettbewerb Dann schmeiß ich die Flindern nicht in Schlaufe fort. Die Monke halen. Aber was du nicht, Herr Sagan? Ich habe noch nicht die Weh. Aufgepasst. Auf was, Herr Sagan? Mein Opdekster Seyre, du rückestoll. Ah, so. Ich habe gedacht, ich komme wieder los. Herr Sagan, der Lust ist, Jonas, auch mein Nummer mit dem Hörstchen. Nee, Krügelmoldau, wir halten das Gewehr so weit für die Gewicht. Hörst du, dass wir wohl nicht so küsst, als die Stiefel in Schlaufe? Herr Sagan, Sie sind so bang. Die Flind, ich sage mir, so war hier. Flind? Ja, die Flind. Das ist kein Flind. Das ist ein Gewehr. Ah, so. Also, wir hören mal, wer tut den Saldoziennes an der Hand. Ein Gewehr, Herr Sagan. Ein Gewehr. Ein Gewehr. Da rechts riecht ich. Herr Sagan, ihr wart brüllen, dann nimmst du und ich. Zu mir, ein Junge, kann ruhig du so. Aber du stellst als einzelnen Mann ein ganz Kompanie durch. Und ich, ich kommandeieren sie. Ah, so. Aber wie viele Jungen müssen dann so eine Kompanie haben? Ein ganz Kompanie hat alles in allem 125 Mann. De Baucherrand, brüllen Sie raus. Ja, Sagan. De Leif an Tand. Ja. Gewehr über. Ach, also wie Dachs müde ich dir so in das Gewirr. Und die Längenschölle kennt er nicht auf die Rechte. Herr Sagan, das hat euch alles gar gewehrt. Ich kann das mit dem Sosse Exercier für 125 Mann. Wir gucken mal doch, wie der Kerl da wackelt. Ja. Aber du wackelst doch wie die Kulmswanz. Menge Wäre, Herr Sagan. Ich kann doch nächste Vierter wie so gewachsen sein. Herr Sagan. Brüder. Quatton. Es lockt. Lockt. Herr Sagan. Lass mit dich. Quatton. Kommt, Herr Sagan. Wir gehen auf die Kurs und sind die anderen so voll gärst. Wir gehen auf die Kurs und sind die Kurs. Gewirr immer. Gewirr auf. Gewirr immer. Gewirr auf. Gewirr immer. Warte, stattdessen. Herr Sagan. Kann ich mir nicht so wenig rosten. So wie ich gesehen. Höchst du noch mal umgezieht? Warte, ein Ziffer. Umgezieht? Nein, Herr Sagan. Dann nimm ne paar Flie. Also. Gewirr immer. Gewirr auf. Lo passe, ja. Gewirr immer. Gewirr auf. Weil das da ne Lohr im Geschitt. Herr Sagan. Ich hab mir das fünftige Fier auf der Fulst gesagt. Wir gucken mal, wie halten das Gewirr so weit von sich. Püls ist wohl undig, oder ich schloh die aus den Stiefeln. Herr Sagan, die sind in die Bank, aber das Ding erliebe losgeht. Aber du, Herr Sagan. Ich hab mich die Scherter verhalten, das ist nicht wahr. Du warst in Herr Sagan. Nee, Jännis. Jännis, Herr Sagan. Jännis. Herr Sagan. Herr Sagan. Ja, Herr Sagan. Ich hab mich die Scherter verhalten, dass du eigentlich hier warst. Herr Sagan. Ja, ja. Das will ich dann noch sagen. Oh. Also. Also, Herr Sagan ist in einem Struppe Klosse, Jungverwittering. So. Und Lekki hat mich immer die Struppe Jännis hier gerufen. Und Herr Sagan ist in den Naasten von Drexze. Drexze? Was ist da dann? Elf, zwölf Drexze. So. Ja. Ja. So. So. Wir machen hier mal zur Teckjärf. Wir machen Mandeln. Wir machen Grombergjärf. Wir machen Hürden für promme Flöden. Ja. Und dann machen wir die kleinen Stählische Wäste, Herr Sagan. Für die Frau, dass ich tropze, was heißt der Bad Piddyklammen. Ja, Herr Sagan. Dann ist mein Partner nicht alle von dabei. Und ich habe ein Fakt mit der Gebote geschält, dass es nicht fährt. Und ich habe ein guter Platz gehabt bei der Gemeinde. So. Und ich habe ein Sprengbrot vom ganzen Dwarf. 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 Und ich habe ein Sprengbrot 아니야 mit dem Flü2000 mal Action. Und ich habe ein Sprengbrot mà quasi Bull-koppelt gemacht. Ich habe mein★ mehr. Ich habe ihn nicht fernatt. Ein fashioned ne se würden. Er hat noch genug gebradelt, ne? Da geht es noch ein Führer, man mag es erzählen, dann muss ich sagen, ich muss mich fein, ne? Ja, Herr Sergeant. Also, leut Gewehr. Was hat er gesagt, Herr Sergeant? Du sollst Gewehr leuten, wenn ich gesagt habe. Herr Sergeant, ich werde los mit der Lärden. Das ist kein Feind, der Himmel. Und überhaupt, Herr Sergeant, die jenemals verließe immer auf sein Feist. Also, du sollst Gewehr leuten. Ja, Herr Sergeant, ich falle dich hier, Herr Sergeant. Nee, was in der Lebe losgeht. Also, leut Gewehr. Eind, zwei, drei, vier, Schlot und... Herr Sergeant, da geht sie los. Da geht los. Herr Sergeant, da war das gescheit. War das gescheit? Wie? Wie? Was ist das zu dumm, der Bein? Wie? War das gescheit? Was ist das? Oh! Hey, Herr Sergeant, ich kann ja nicht schießen. Du musst schießen, nicht. Ich kann das luchten, für die Schießen, Herr Sergeant, sonst, ihr seht mir, ihr nächst mich. Und überhaupt, ich schießen nicht. Da könnte mir der Sack hier holen. Also, was du noch nicht schießt, dann gehst du angesagt, bei Wasserabrut, ach, dich, Lein, wie hast du los? Wie? Herr Sergeant, dann, Tom, gleich beim Jast, da komm ich nicht zuerst. Herr Sergeant, ist sie fertig. Also, Schlot und... Feuer! Hey, Mann! Der Jannis hast dukt! Der Jannis kann nicht mehr heim! Der Jannis hat geschossen! Der Jannis hast dukt! Der Jannis hat geschossen! Du Lüder! Der Jannis, du stehst von sich hier hoch! Ich schreibe dir die Barselung! An keinem, du Lüder! Der Jannis, du bist der Jannis! Weißt du, wer? Wat? Lauf du mir den Bockler an! Was warst du noch mal gerade? Du Minutes! Stopp! Ah! Du isst nicht genug, Lepp! Feuer! Du hast behongel, Lepp! Wow, hast behongel, Lepp! Du isst hier klar, Lepp! Isst hier klar als sie noch nachfasst! Du... Nein, der verbrandt, Deff! Gras, Uhr! Ich gehe mit dem Heem im Schwenk! Hey, komm mal die Hand! Marst! Ghost, was? Ghost! Ghost, was? Ghost? Ghost! Musik Wir marschieren, Frau, an der Gegend dahin, zahlrote von unserem Tränge-Land. Bei all Festlichkeit, wo sie mir zugesiehen, von der Spies auf Krebs sind wir bekannt. Uns Parolen hast gut gelangt, an dem wir und nicht, speziell bei der Schüssel, das ein Gefrägt. Das schaffen wir gut, aber wir schwärzen nicht viel, auf der Blau und die Popper gefeiert. Das schaffen wir gut, aber wir schwärzen nicht viel, auf der Blau und die Popper gefeiert. Auf, 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 auf. Längst, 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 knackst. Hör doch, los, 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 los. Was ist das so? Wer nicht? Was ist das? Hey, Sergeant, was hat er noch der Fan? Das hat mir ja jetzt so ein Appet an mich. Ich habe nicht so viel leicht gesagt, dass es nichts gibt. Aber wenn er mich nicht in den Öl reinten, dann schmeißt ich die Flünder und Neckern nicht laufen fort. Den Mund gehallen. Aber was er nicht, Herr Sagan? Ich habe noch nicht gehört. Aufgepasst! Auf was, Herr Sagan? Mein Opdeksterster, du ruckestock! Ah, so! Ich habe die Kimmel belohd. Herr Sagan, dann los die Jonas. Ja, guckemolder. Wie hältst du das Geweer so weit für die Gewicht? Hältst du das Geweer so weit für die Gewicht? Wie hältst du das Geweer so weit für die Gewicht? Herr Sagan, die sind so bang. Die Flönt, die sind so weit. Flönt? Ja, die Flönt. Das ist kein Flönt. Das ist ein Geweer. Also, wie hört man mal weiter? Ein Gefeuer, Herr Sagan. Ein Gefeuer. Ein Geweer! Da rechts riecht ich. Herr Sagan, Herr Sagan, Herr Sagan, Herr Sagan, du sollst. Du stellst als einzelnen Mann eine ganze Kompanie durch. Und ich, ich kommandeieren sie. Ach so. Aber wie viele Jungen müssen dann so eine Kompanie haben? Eine ganze Kompanie hat alles in allem 125 Mann. Herr Sagan, der Bauchrand, brauche ich draus. Die Leif an die Hand. Ja. Geweer. 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 Also, wie dachte ich dir so ein Geweer? Und die Leitenschölle können dann nicht auf die Rechte. Herr Sagan, das hat doch alles gar gewehrt. Ich kann das mit dem Sosse Exercier für 125 Mann. Ja. guck mal da, wie der Kerl da wackelt. Ja. Und du wackelst doch wie die Kulschwanz. Mingeweer, Herr Sagan, ich kann den nächsten Vierter wie so gewachsen sein. Herr Sagan, Bruder. Was dann? Es lockt. Herr Sagan, du hast mit dich. Was dann? Kommt, Herr Sagan, wir gehen auf die Kurs, und dann die anderen so viel Gärs. Herr Sagan. Lugget heigeblieben. Ach, ihr Dallricht exerciert. Hochdalen. Ja, ich hab mir das nicht ganz katholisch in den Hungerspreis-Riehen-Hund. Der Leif-Anton. Ich hab ihn ja. Geweer immer. Resortiert Geweer. Geweer immer. Geweer auf. 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 Geweer immer. Geweer immer. Vatih, Stato! Herr Sagan, kann ich mal nicht wenig rosten. So wie ich gesehen, hörest du noch mal ungeziefer? Warte, ein Ziffer. Ungeziefer! Herr Sagan, ich bin ein Ziffer. Ich bin ein Ziffer. Also, Geweer immer. Geweer auf. Geweer immer. Geweer immer. Geweer auf. Geweer auf. Geweer auf. Bei das ist doch ein Lohr. Ich bin ein Ziffer. Herr Sagan, ich habe mir das 24. auf den Fels gesagt. Wir gucken mal, wie halten das Geweer so weit von sich. Puls ist wohl undig, oder ich schlot die aus den Stiefeln. Herr Sagan, ich bin ein Ziffer. Aber es geht nicht los. Aber du Hennes, doch. Die Schärte fährt nicht weg. Du warst ein Hennes. Nein, Jennes, Jennes, Herr Sagan. Hennes, ich bin ein Jennes. Ja, Herr Sagan. Das Geweer auf. Geweer auf. Oh, das hat nicht, Herr Sagan. Ich habe das letzte Zeit gelesen. Du hast auch so einen Flindlos in die Woche mitgeladen. Riecht dich. Jennes, dann erzählst du mir mal, wieviel, dass du eigentlich hier warst. Herr Sagan. Ja, ja. Das will ich ständig sagen. Oh. Also Herr Sagan, ich bin in dem Struppe Klosse, Jungverbindlich. So. Und gleich, die haben immer der Struppe Jennes hier gerufen. Und Herr Sagan, ich bin in den Ärzten von Drecksee. Drecksee? Was ist das dann? Elf, zwölf Drecksee. Ach so. Ja. Und erst mal, ich bin in der Sagan, meine Schwester, das ist der Schwert. Da wird schön, wie der sich bestärkt. Das mit Floppe Pitter bestärkt. Er ist der Klick. Oh, ho. Mit dem, der Schwertchen. So. Also die zwei, die haben sich bestärkt, ganz am Weiß. Und die Kenbergs sind vom Leisgwaren. den hat Harmonica gespielt, und er ist schönes zu gesehen. Oh, ho, ho. Ach ja. Und mein Papa, Herr Sagan, das war der beste Klerk für mich. So. Ja, ho. Wir machen nur einmal Zorte Klerk. Wir machen Mändeln, wir machen Gromberg Klerk, wir machen Hürde für Promme Flöden, und dann mache ich noch die kleinen Stähle, wenn es der Sagan, für die Frau, die sich trotzessen, was heißt, der Bad Bitteklammen. Ja, ja. Ja, ja. Und der Sagan, da habe ich mich ein paar Mal mehr dabei, und ich habe den Weg der Geburtstag geschält, aus dem Frieden. Und nur an der Letzte, Herr Sagan, du hast einen guten Platz gehabt, bei der Gemeinde. So. Ich habe ein Sprengbrot vom ganzen Dwarf. Auf was ist das da? Ja, Herr Sagan, ich habe geschnitzt. Aber du bist ja schlimm an ihr, wenn du schwängst hier jetzt. Ja, Herr Sagan. Aber ich habe nicht geschenkt, lieber gehabt, wenn meine Sprengen auf der Hände. Aber nicht mehr, ich habe das Schwäng zusammen geblasen. Da habe ich mich aus dem ganzen Dwarf mir nur geguckt, weil ich werde die schenkt, die Jungen weggebrechen. Und ich habe den Schein immer verbrucht, dass ich mich misploschen nach Schönen mit dem Flöntgen geführt. Und dann, wenn ich mich, ich habe mich sehr gut gemacht, da geht dann für vier A. Ich habe den Namen, jenes. Ja, Herr Sagan. 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 Ich verliere mich sehr, Herr Sagan. Nee, was in der Leben los geht. Also, bitte, wir. Ja, Herr Sagan. Ja, Herr Sagan. Eind. Zwei. Drei. Vier. Ja. Schlot und... Herr Sagan. Dann geht sie los. Was geht los? Herr Sergeant, weil das gescheit? Was ist das gescheit? Wie? Wie? Was ist das zu dumm? Wie? Was ist das gescheit? Hey, Herr Sergeant, ich kann ja nicht schießen. Du musst schießen ab Lucht. Ich kann das Lucht nicht für die Schießen, Herr Sergeant, so sie sehen wir ja nächst mich. Aber überhaupt, ich schieße sie nicht. Da könnte man den Sack hier holen. Also, wenn du es nur nicht schießt, dann gehst du angesagt bei Wasserbrot. Ach, dich, wie hast du es noch? Wie? Herr Sergeant, dann ist es dunkelig beim Jast, da kommt nicht nicht zuerst. Herr Sergeant, ist sie fertig. Also, Schlot und heuer. Hey, Mann, der Jannis hast dukt. Der Jannis kann nicht mehr heim. Der Jannis hat geschossen. Der Jannis hast dukt. Der Jannis hat geschossen. Du Lüder, du stehst von sich hier auf. Ich schenke dir die Barselung. Und Katerikens. Du Lüder, du stehst du was. Weißt du was? Was? Lauf du mir den Bockler an. Oh, du hast noch mal gereicht. Du Minnert, stopp. Du hießt nicht genug, lepp. Oh, ja, du hast geholen. Du hast behongelig. Oh, hast behongelig. Du hießt hier, klatsch. Hießt hier, klatsch. Du hast noch nachversicht. Du, nein, du verbrandstiftel. Ah, du hast geholen. Ich gehe dir in den Heem, in den Schwingen. Halt, Kopp, bei der Hand. Oh, Marsch, Kost, du hast Kost, 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 Kost. Von meines E-Nacht-Zon-A-Zop, stimm mir a-reich, a-glit. Da geht es über Bier, Jakob, maat Fede ich im Gemitt. De Wand singt uns en nur so frisch, van zondo lust a-lacht. A-sangen viel er scher a-möch, da geht em Asch gemäht. Mir marsch eire Frau an der Gegend do hin, saldo de von on de Trenge Land. Bei Al Festlichkeh, do sie mir zu gesieh, von echt, bis ob griff, sie mir sind. Uns Parolen has gut gelangt, da nimmer und die speziell bei der Schoss das ein frägt. Do schaffe mir gut, aber mir schwätze net viel over blaue Gip hopper gefeet. Do schaffe mir gut, aber mir schwätze net viel over blaue Gip hopper gefeet. hoi hoi Vielen Dank.